Sturmgewehr-Munition. Geh ich halt da rein. Geht das? Nö. Spiel, du fängst an mich zu nerven. Und ich spiel dich mal gerade seit ca. 10 Minuten. Und ich verspiel nicht mehr wohin. Das war damals auf der Xbox nicht so schlimm. Dreh dich aber das Fass um. Oh, noch ein bisschen Sturmgewehr. Was ist denn, wenn wir das Fass da drauf treten? Nope. Im Moment, da oben drauf war ich doch schon. Muss doch irgendwie hier hochkommen. Der Toll ist doch eine Taschenlampe. Wo ist sie überhaupt hingefahren? Irgendwo nach da. Das geht doch gar nicht. Ist doch alles dicht. Hä? Ich hab leider keine Granaten. Er ist dead. So was stand da vorhin? Er hat zwei für Granate. Das geht doch. Stöhne du erst mal dir einen ab und dann passt das. Also der Gegner, nicht Lara. Lara hat nicht zu stöhnen. Jetzt kriege ich hier nur Ärger, wenn die Frau stöhnt. Oh, eine Leiter. Oh, schnarch. Aha. Meine Keime. Oh, ich glaube, der kann nicht Motorrad fahren. Ja, das denke ich. Ah, gibt es hier noch irgendwas? Nö. Gut, dann gehen wir weiter. Und fahren Motorrad. Auf eine Motorrad. Okay, so. Schießen, beschleunigen. Oh Gott, beschleunigen X. Das ist doch sowas von, keine Ahnung, plastischen Eins-Zeiten. Ja, ein ganz tolles Motorrad. Hui. Nee. Ich muss auch, was ist hier nirgends. Gegen Donner. Das zieht Lebensenergie. Glaub ich. Hui. Das ist ja Bronto, grüß mal ein Witz gegen. Ah. So. Haben wir schon mal einen. Weggeprügelt. Ich glaube, da war ein Medikin. Ich hätte es einsammeln sollen. Dann der nächste. Einfach weiterfahren. Unsere nächste Normenfahrt. Zwei Stück haben wir noch. Zwei Stück haben wir noch. Oh, da hat es gebrummstert. Okay, geht. Eingesammelt. Oh hey. Oh hey. Also, ich kann mal. Egal, wir fahren damit rüber. Wer ist das? Ja, bin hier nicht ich. Wollen wir auch mal wieder Gegner? Na, warum habe ich was gesagt? Warum schießen? Jetzt ist doch gar keiner da. Jetzt ist wieder jemand da. Mal mit, klick die Pfezzerei. Juhu. Auf dem Weg, ihr Bubeles. Ihr könnt doch nix. Wollen wir auch mal ein Medikin verschwenden. Ich habe einen Kontrollpunkt erreicht. Und da ist er Medikin. Was ich leider verloren habe. Wir müssen aber eigentlich gleich fertig sein mit dem Level. Oh shit, jetzt kommt doch noch ein Boss. Oh shit, jetzt kommt doch noch ein Boss. Und einparken. Oh, da ist unser Auto. Äh, hi. Einfach mal bremsen. Ja, kann man machen. Das schöne Motorrad. Nein, mein Motorrad. Oh, das rutscht ja immer weiter. Es hat sich nicht viel geändert. Was sind denn schon ein paar Jahre angesichts der Jahrtausende? Hör zu, ich muss dir noch etwas sagen. Ich glaube nicht, dass Amanda dort gestorben ist. Darum geht es, ein Kapitel zu schließen? Geht es darum nicht immer, wenn wir in der Vergangenheit graben, sie zu verstehen? Ich bin Technikerin, Lara. Ich baue für die Zukunft und wühle nicht in der Vergangenheit. Irgendwann wirst du genau das tun. Lara, komm runter, du Faulpelz. Jason sagt, wir brechen gleich durch. Augenblick, Amanda. Wir haben einige strukturelle Bedenken. Warum kommst du nicht runter? Ja. Oh, wir spielen jetzt. Wir haben kein Licht mehr. Ich hoffe, du hast Fackeln dabei. Jetzt ein bisschen die Vergangenheit. Die Bretter über der Senkugel sind kaputt. Du musst dich rüberschwingen. Wie schwingen? Eine Lara schwingt nicht, eine Lara klettert. Trödel nicht rum. Und du, pass gefälligst auf. Oh, Sarah. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Was ist das? Huh. Ok, es ist irgendwas zum Klettern Ich überlege nur gerade, was zu wie und wo Und jetzt schwingen Und schwingen Mit einem leichten Krisselfilter Probieren wir gerade den anderen Gang Ich glaube Amanda ist dort Ok Also doch hier Ja, das ist ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe Also seht es mir bitte nach Ah, also doch Erster Gedanke war doch der richtige Mein Gott Sarah, hier drüben Kind? Was ist denn hier? Es hat Oskar getötet Was hat... Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gesehen Das Tor geht nicht auf, hol mich hier raus Alles klar Was? Über mir ist ein Loch, du musst mich hier rausholen, schnell Wir müssen von hier verschwinden Ich muss aber größtwahrscheinlich Ich muss auf jeden Fall an das Seil ran Hallo, ich will doch nur an das Seil Es kommt Verdammt, Lara Ich bin gleich bei dir Hey, ich glaube ich sie an dich Bleib wo du bist Ich komme runter Aber echt Amanda Sie ist es Warte Kent Kent Ich hab aber mal Kind verstanden Okay Lauf, Lara